Donald Trump hat die US-Wahlen voraussichtlich haushoch gewonnen. Doch unser Wirtschaftsminister Robert Habeck warnte noch gestern wegen der US-Wahl vor dem Ampel aus. Wieso kann der denn davor warnen? Das ist doch eigentlich der einzige Hoffnungsschimmer. Und die deutliche Mehrheit der deutschen Bevölkerung wünscht sich Neuwahlen und spricht sich für ein Ende dieser Fiasko-Ampel aus. Wir gucken uns die Situation genau an. Ich bin Olli, los geht's. Und es heißt hier, beziehungsweise hieß gestern Abend schon in einem Artikel, Zitat, schlechteste Zeit. Habeck warnt wegen US-Wahl vor dem Ampel aus. Ja, und vielleicht wird es jetzt genau dazu kommen, dass die Ampel jetzt doch beendet wird. Zitat, das ist kein Spiel, erklärte der Bundeswirtschaftsminister Habeck anlässlich der Regierungskriegelse in den ARD-Tagesthemen am Montagabend, heißt es hier. Und ja, Herr Habeck, das, was Sie drei Jahre lang gemacht haben, kam mir vor wie ein Spiel für Sie. Und eben nicht eine adäquate, sinnvolle, logische Politik, die wir diesem Land hier geschuldet sind. Die Sie diesem Land schulden. Die Sie nicht geliefert haben. Das ist die Realität. Er warnte die Koalitionspartner vor den Folgen eines möglichen Scheiterns der Regierung. Dabei verwies er auf die großen Herausforderungen, die Europa derzeit bewältigen müsse. Die Situation in der Ukraine, die wirtschaftliche Lage und die bevorstehende Wahl in den USA, deren Ausgang laut Habeck Unsicherheiten auch für die deutsche Wirtschaft bedeuten könnte. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Er wird ja teilweise nur, kann man gar nicht sagen, Ruinator genannt. Herr Habeck ist nicht von mir, diese Aussage. Aber jetzt überlegt euch doch mal. Dieser Mann ist mit dafür verantwortlich, dass unser Land dort steht, wo es nun mal eben steht. Wie das dasteht, könnt ihr gerne mal in den Kommentaren bewerten, was ihr davon haltet. Ich finde, es ist ziemlich schwierig. Eine Herausforderung für die nächste Regierung. Als er sich allen Ernstes erdreistet, davor zu warnen, was mit der wirtschaftlichen Lage passieren wird, wegen der US-Wahl. Ja, natürlich. Es wird Folgen für Deutschland haben. Die sind teilweise auch negativ. Es wird zu weiteren Zollsituationen kommen, für zum Beispiel Automobilexporte aus Deutschland, in die USA rüber. Ja, richtig. Was hat denn die EU gerade gemacht? Strafzölle für Fahrzeuge aus China. Das scheint ja offensichtlich ein adäquates, aktuelles Mittel von vielen Regierungen zu sein. Und wenn man sich überlegt, dass die Chinesen dadurch natürlich einen Affront gesehen haben und das nicht unkommentiert lassen werden, sagen wir es so, sondern zu drastischen Mitteln gegen Deutschland und speziell auch die EU gehen werden, das sollte jedem klar sein. Und dementsprechend, dass ein Robert Habeck hingeht und das sagt, Deutschland kann da nicht ausfallen, so der Minister heißt es hier. Zitat, dies ist die schlechteste Zeit, dass die Regierung scheitert. Nein, Herr Habeck, umso länger die Ampel an der Macht bleibt, umso schlechter für Deutschland. Das ist die Realität, Leute. Aber es gibt jetzt hier, gerade in der Schlagzeile, heute am Vormittag auch noch einen Blitzkrisengipfel im Kanzleramt. Habeck über Lindners Ampel austaktet. Zitat, es geht mir so auf den Keks. Herr Habeck, das, was den Menschen in diesem Land hier auf den Keks geht, ist Ihre Politik. Ihre Politik, die das Land dort oder die die Wirtschaft dorthin geführt hat, wo sie nun mal aktuell steht. Vor dem Abgrund und vielleicht sogar einen Schritt weiter. Das ist die Realität. Nein, Leute, was hier mittlerweile abgeht, ist wirklich absolut unfassbar und erschreckend zugleich. Dass hier sich so dran geklammert wird, an die Macht, auf Kosten eines gesamten Landes, das ist absolut erschreckend, muss man hier wirklich klipp und klar nochmal sagen. Das Ganze geht folgendermaßen dann hier los. SPD-Chef Klingbeil erwartet dort, also im Kanzleramt, eine Entscheidung über den Fortbestand der Koalition. Vielleicht, wenn dieses Video online ist, gibt es schon Meldungen, dass alles wieder in Ordnung ist, man hat sich geeinigt. Vielleicht aber auch das Gegenteil, dass die Regierung sagt, wir können nicht mehr, es funktioniert nicht mehr, jetzt ist Ende angesagt. Heute wird ein sehr entscheidender Tag, sagt Klingbeil am Montag, hier, sorry, am Morgen im Deutschlandfunk. Wir haben ja schon Mittwoch, Mittwochabend haben wir doch schon. Er wünschte sich, dass alle drei Koalitionspartner jetzt parteitaktische Überlegungen über Bord werfen. Ach so, weil man das die letzten drei Jahre ja auch nicht gemacht hat? Surprise, surprise, hat man doch. Was Habeck von Lindner seinem Wirtschaftswende und der ganzen Ampelkrise hält, sagte der Wirtschaftsminister bei der Future Sustainability Week vom Tagesspiegel. Ein Einblick, eine völlig zerrüttete Koalition. Zitat, wir sind doch im Amt, weil wir eine Pflicht haben. Es geht mir so auf den Keks, wenn das Gegenüber, Taktik und Strategie keine Rolle spielt. Von Lindners Papier hält Habeck nichts und will auch nichts daraus umsetzen. Zitat, die Lösung wird sicherlich nicht auf der Basis des Papiers erfolgen können, denn für den Wirtschaftsminister fehlen zwei Aspekte, soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz. Leute, ich freue mich darauf, wenn dieser Mann nicht mehr in seinem Amt ist und ich bin gespannt, wenn es die CDU werden wird, je nachdem, wer dann auch das Wirtschaftsministerium übernehmen wird, ob es wieder umbenannt wird. Es hieß nicht immer und Klimaschutzministerium. Mal gucken, ob das rückgängig gemacht wird, denn das ist eine wegweisende Entscheidung für die zukünftige Wirtschaftspolitik in Deutschland. Das muss man klipp und klar ansprechen, Dass das überhaupt keinen riesengroßen Skandal damals ausgelöst hat, verstehe ich bis heute nicht. Das ist schon sehr, sehr interessant. Und auch sonst, wenn wir uns die Presseberichterstattung jetzt hier angucken, sieht es schon sehr, sehr düster aus und wir wissen ja auch, dass es von der Bundestagsfraktion der FDP noch ein weiteres Papier, ich habe ein Video dazu gemacht, veröffentlicht wurde über eben die Situation, wie man mit der Bausituation in Deutschland zufrieden, schrägstrich, sehr, sehr unzufrieden ist, berechtigterweise. Also das ist halt schon, diese Ampel befindet sich in der Sackgasse, aber das nicht erst seit ein paar Tagen, wo das Ganze jetzt hier offensichtlich so hochkocht und es heißt, zum Ampelhaushalt, der auf Eis liegt, niemand weiß, wie es weitergeht. Natürlich wissen sie es nicht. Wie sollten sie es auch wissen, wenn man sich nicht darüber Gedanken macht, was das Beste fürs Land ist, dass man hingeht und sagt, ja, Moment mal, wir müssen uns aber jetzt Gedanken machen und das Beste für die Bevölkerung tun. So wie es beispielsweise in diesem FDP-Papier ja auch geäußert wird, dass es hier heißt, Zitat, jeder Mensch braucht eine warme Wohnung. Dass ein solches Papier überhaupt erst erstellt wird, besagt oder ist nur notwendig, weil die Ampel seit drei Jahren so regiert, wie sie eben regiert, weil die Menschen sich das nicht mehr leisten können. Überleg doch mal nach der Situation von NS2, als es dann hinüber war und wir auch zu wenig Gas hatten im letzten und im vorletzten Winter. Und warum haben wir Glück gehabt, mit der Situation klarzukommen? Weil wir einen sanften, einen leichten Winter hatten. Wer sagt denn, dass das nochmal so sein wird, jetzt vor dem Winter, den wir aktuell haben? Ich hoffe es, ich glaube es schon, aber es muss nicht der Fall sein. Und sich hinzustellen und zu behaupten, dass man dadurch, weil man die Energiesituation dadurch super toll gemacht und gemanagt hätte, etc., das ist absoluter Humbug. Nur weil der Winter zu schwach war, um hier wirklich den Super-GAU auszulösen in Deutschland. Und dass die Energiekosten so massiv gestiegen sind für die Bürger, dass sie teilweise die Heizkosten nicht mehr bezahlen können, darüber spricht aktuell keiner mehr. Und die Presse? Schon mal gar nicht. Das ist wirklich absolut erschreckend. Und ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt hier bezüglich dem Ampel-Aus weitergehen wird. Man kann hier vielleicht sogar von Hoffnung sprechen, dass es doch noch zu einem solchen Ampel-Aus kommen kann. Aber wir wissen ja, wie sie dran kleben an ihren Ämtern. Ich halte euch im Laufenden, schreibt unten rein, wird die Situation des Trump-Siegs sich auswirken, auf das Ampel-Aus? Ja oder nein? Wird es überhaupt ein vorzeitiges Ampel-Aus geben? Ja oder nein? Danke fürs Zuschauen, Abo nicht vergessen und ciao.